Hier seht ihr auf jeden Fall gerade, dass mir nur noch Buzz auf Rang 30 gefehlt hat, sonst habe ich alle anderen Border schon auf Rang 30 gehabt. Ich lade mal über ein. Er ist schnell im Bann. Hä? Vielleicht ist er ja an ihrem Bann. Ich lade jetzt noch einmal ein. Oh, was? Boah! Hahaha! Ich lade jetzt im Brawl Stars Shop den Creator Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, oh mein Gott, heute gibt es mal wieder ein richtig krankes Video. Und zwar ist das Ganze in einem Livestream passiert. Was genau ist eigentlich überhaupt passiert? Es war eben folgendermaßen, ich war im Livestream und habe versucht meinen letzten Rang 30 Brawler eben zu erreichen, nämlich Buzz. Hier seht ihr auf jeden Fall gerade, dass mir nur noch Buzz auf Rang 30 gefehlt hat, sonst habe ich alle anderen Brawler schon auf Rang 30 gehabt. Und ich habe das für mehrere Wochen versucht und bin immer dran gescheitert. Irgendwie hat es immer nicht geklappt, es war viel zu schwer auf jeden Fall. Und dann ist etwas Unfassbares passiert, was eben live im Stream passiert ist. Und zwar, ihr solltet alle Hürer kennen. Hier seht ihr nochmal seinen YouTube-Kanal gerade eingeblendet. Und zwar war eben Hürer Platz 1 global und war die zweite Person auf dieser Welt, die es geschafft hat, eben 50.000 Pokale zu erreichen. Und eben auch vor E-Quark dann eben Platz 1 global war. Ihr wisst es auf jeden Fall. Und damals habe ich mit ihm ein Video gedreht vor über sieben Monaten, wo wir ein 1 vs. 1 gemacht haben. Und ich habe ihn dann einfach ganz spontan eingeladen und im Chat gefragt, ob er mir helfen würde für Buzz 1000 Pokale. Er hat es einfach gemacht. Das war geisteskrank. Ihr müsst euch das unbedingt anschauen, Freunde. Außerdem gab es eben ein 1 vs. 1 zwischen Hürer und E-Quark. Und in diesem 1 vs. 1 hat man einfach gesehen, dass tatsächlich Hürer E-Quark echt hops genommen hat. Also er war deutlich besser im 1 vs. 1 scheinbar. Hat man hier gesehen, obwohl Colt sogar der Lieblingsbruder, glaube ich, von E-Quark ist. Er ist also mit so ziemlich einer der besten Spieler. Ihr wisst, E-Quark hatte ja sogar 60.000 Pokale erreicht. Aber Hürer tatsächlich ihn besiegt hier und damit wahrscheinlich so einer der besten Spieler der Welt einfach mal. Ja, Freunde, ihr habt es auf jeden Fall jetzt gesehen. Schaut mich unbedingt das Video an und schaut, wie das Ganze zustande gekommen ist und was wir so gemacht haben. Let's go! Ich lade mal Hürer ein. Ach so. Ich bin mir jetzt schnell nimmt an. Hä? Vielleicht ist er ja ein Ehrenmann. Egal, aber Leute, ich habe ihn jetzt eingeladen. Vielleicht nimmt er an. Ah, einladen und abgelehnt. Oha, eiskalt. Ah, Rippmann. Meist du noch mal einladen oder nicht? Ja. Dann entfernt er dich erst mal aus auf A. Ich lade jetzt noch einmal ein. Oh, was? Oha. Merhaba. Ah, lol. Er macht wirklich ein Video. Schreibt, you can help us one k after that. Imagine, der macht somit einfach. Lol. Ja. Dann lade ich jetzt mal euch beide nochmal ein. Ah, Ehrenmann. Muss man wirklich sagen. Stark. Oh, nice. Ein Game. Ein Game, meine Freunde. Und dann haben wir ja mit Hürer was ein K gemacht. Und mit Lev. Und dann hat er noch ein Kugel wieder. Ja. Okay. Mal schauen. Noll. Haha. Scheiße. Kann ich ein Video oder so was? Haha. Schön. Schön. Haha. 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 Also okay. Ach man. Auch joh. Oh. Da war eine rosa. Wusste ich gar nicht. Wo? Haha. Wahrscheinlich überlegt wird. Ja, ja. Ich hätte so gelaufen sollen noch, aber. Ja. Ich weiß nicht, wo die rosa ist. ja jetzt schon passt drin gewesen oh leute und die challenge ist da wir werden wir haben das letzte game für 1.000 pokale bars das werden wir jetzt natürlich noch fertig spielen ja nice alle mal gg in den chat wir haben es geschafft auf jeden fall bass rang 30 und damit auch wieder jeden brawler bei mir auf rang 30 sehr sehr heftig sehr sehr krass man i go ready my new video comments have good stream gg thank you for helping entfängt ok nice man auf jeden fall ihre ihre wirklich sehr korrekt dass er geholfen hat so freunde also ihr habt auf jeden fall gesehen ist es ultra krass dadurch habe ich jetzt wie gesagt jeden brawler auf rang 30 oder höher zeigt nochmal mein account das sieht einfach ultra heftig aus wie jeder einzelne brawler hier eben eine rang 30 symbol am start hat ihr seht es auf jeden fall sehr krass und wenn der neue brawler griff dann eben rauskommt am 23 juli werde ich natürlich auch ihn versuchen direkt auf rang 30 zu pushen seid auch unbedingt am start leute es wird sehr sehr krass und dann vergesst auf jeden fall nicht lasst unbedingt gleich auf diesem video und schreibt man alle in die kommentare hashtag hüra ehrenmann rein war für ein fall sehr korrekt dass er mir hier geholfen hat was war wirklich gar nicht so einfach auf rang 30 muss ich echt sagen war schon ziemlich ziemlich geschlitzte und wie gesagt ja aktuell ist da zwar nicht platz eins global ihr seht es auf jeden fall aber ja war eben länger und er war halt auch einer der einzigen der halt wie gesagt 50.000 blokade damals geknackt hat war also eine sehr heftige sache wir sehen uns freunde und damit schau schau bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Vielen Dank.